Nach unseren Videos Nummer 2 und 3 über Korruption, Interessenkonflikte, Inkompetenz und Totalitarismus in der Politik haben wir in Video Nummer 4 unsere Lösung dieser Probleme vorgestellt, nämlich temporäre Bürgerparlamente. Das warft bei einigen die Frage auf, was ist denn eigentlich mit Volksentscheiden? Ja, was ist mit Volksentscheiden? Ist das nicht super? Ja, grundsätzlich schon. Da gibt es allerdings vier Haken, an denen Volksentscheide scheitern. Und was das für Haken sind, die erstmal beseitigt werden müssen, damit Volksentscheide funktionieren, das schauen wir uns jetzt mal an. Im letzten Video Nummer 4 haben wir Volksentscheide mal radikal weitergedacht und so konsequent umgesetzt, dass wir diese vier Probleme lösen können. Diese Probleme sind zu geringe Motivation der Bürger, zu geringe Kompetenz, Medienkampagnen, die das Ergebnis steuern und viel zu viele Entscheidungen, als dass das machbar wäre. Wenn man Volksentscheide wirklich als demokratisches System durchziehen will, wirklich konsequent, dann muss das aber auch ständig stattfinden. Dann müssen im Grunde genommen alle Entscheidungen vom Volk getroffen werden. Wie viele sind das? Das werden wir nachher mal sehen. Da kommen wir auf zwei bis drei pro Tag. Jetzt haben wir das Problem, dass die Leute dazu gar nicht motiviert sind. Die meisten interessieren sich so gut wie gar nicht für Politik, sind nicht bereit, sich in ein Thema reinzuknien und haben Stress im Job. Die haben lieber Freizeitvergnügen, die haben ihre Hobbys, kümmern sich um die Familie oder haben zu gar nichts Lust. Ein konsequentes demokratisches System, das auf Volksentscheidungen basiert, scheitert bereits daran, dass die Menschen einfach nicht mitmachen. Das sieht man schon in einer geringen Beteiligung an den Volksentscheiden, die es bisher gab, zum Beispiel in Deutschland oder in der Schweiz. Ein ganz entscheidender Punkt bei Volksentscheiden ist die fachliche und soziale Kompetenz der Entscheider, sprich der Bürger. Wie ticken denn die Bürger? Das sieht man ganz gut, zum Beispiel in Leserbriefen oder in Kommentaren, auf Facebook oder Spiegel Online oder Telepolis und und und. Und was man da sieht, viele Menschen sind wirklich uninformiert, sind, würde ich mal sagen, von den Medien irgendwo eingenordet, haben sich schlecht informiert, sind aber teilweise auch sowas von gehässig. Das ist wirklich erschreckend. Und ein sehr, sehr guter Freund von mir, einer meiner besten Freunde, der hat mal ein halbes Jahr Facebook-Pause gemacht, weil er sagte, da kriegt man Schwielen auf der Seele. Typisch und es steht auf große Zustimmung, ist dieser Post bei Spiegel Online. Wenn ich das also lese, bin ich also irgendwo doch froh, dass ich ein einfacher Mensch bin. Ich halte mich an die Gesetze, meckere ab und zu über das, was die Politiker machen, aber im Großen und Ganzen bin ich zufrieden und glücklich und kümmere mich um meinen Kram. Große Zustimmung. Dann schreibt da jemand, ja, das schützt sie aber nicht vor dem Impfausweis und direkt kein Like, 37 Dislikes. Zum Thema Mietpreisexplosion in den Großstädten meint hier eine gewisse Christiane, es gibt kein Grundrecht auf günstigen und bezahlbaren Wohnraum. Wer das sucht, soll sich eine eigene Wohnung kaufen. Also das ist nicht nur inkompetent, das ist auch wirklich mies und es ist auch falsch, denn es gibt ein Grundrecht auf bezahlbaren Wohnraum. Das ist nämlich Artikel 1 Grundgesetz. K70 Ingo meint, nein, Wucher findet hier am Mietmarkt nicht statt, auch nicht ein bisschen, überwiegend Zustimmung. Es gab einen Artikel über eine Ärztin, die vergeblich versuchte, eine Teilzeitstelle zu finden, ohne direkt beruflich völlig abzusteigen und dann schreibt doch dieser Mann allen Ernstes, meine Frau ist Ärztin. Sobald eine Kollegin auch nur den Wunsch nach Teilzeit erwähnt, ist jede Aufsichtschance vorbei und mit was? Mit Recht, findet er. Wenn einer nicht viel arbeiten will, dann muss man den Sinn des Lebens eben woanders suchen, findet der Herr. Ein gewisser Holger fordert, gebt Herrn Lauterbach endlich operativen Einfluss, sprich Herr Lauterbach soll uns regieren. Überwiegend Zustimmung. Zum Albtraum des chinesischen Social Credit Systems, das haben wir in unserem Video Totalitarismus schon mal dargestellt, da schreibt ja jemand, was ist schlimm daran, wenn aufrichtiges Verhalten belohnt und gesellschaftsfeindliches bestraft wird. Solche Leute sollten nochmal 1984 und Brave New World lesen. Hier meint jemand zu einem Foto, wo die Menschen dicht an dicht stehen. Dicht an dicht gedrängt und kuschelnd warten die Menschen da. Wo bleibt die Nationalgarde zu Pferd, die die Leute auseinander treibt? Jemand mit dem passenden Namen Zombie meint, ist so. Und wenn man mit Maske und Abstand dagegen protestiert, dann direkt Wasserstrahl in die Eier. Asoziale Wildkatze, auch hier passt der Name. In den USA würde man die wegknallen, anstatt mit Wasserwerfern zu bespritzen. Wohlgemerkt, es ging ja um Menschen, die für ihre Grundrechte demonstriert haben. Man muss immer bedenken, wir leben in einem Land, in dem Schnappi das Krokodil, Schnieschner Schnappi, 10 Wochen lang auf Platz 1 war. Das war in Österreich und der Schweiz auch nicht anders. Das Video bekam 29 Millionen Aufrufe. Die größte Reichweite haben nicht die wichtigsten Inhalte, sondern Stars, Promis. Ob jetzt bei Twitter, Instagram, Facebook oder sonst so. Sehr schön ist dieses Bild. Wichtigen Inhalt geteilt über Politik, Wirtschaft, Regierung und andere ganz wichtige Dinge über mein Land. Ein Like. Der Pina went shopping. 4.458 Likes. Wenn man sieht, welche Zustimmungsraten Politiker in Deutschland haben, dann treibt es einem die Tränen in die Augen. Zu den C-Maßnahmen meinte hier Ende November noch die Hälfte, die müssten noch härter ausfallen. Nur 13% fanden das übertrieben. Oder nehmen wir ein anderes Thema. Zinsen. Die Leute haben lieber höhere Zinsen als günstige Kredite. Wenn sie mal nachdenken würden, kämen sie darauf, dass sie unterm Strich in ihrem Leben mehr Zinsen zahlen, als sie kassieren, sodass ein niedriges Zinsniveau sie eigentlich begünstigt. Dazu habe ich mal einen Artikel bei Economy for Mankind und bei Telepolis geschrieben. Link in der Beschreibung. Zwei Drittel wollen Impfzwang für bestimmte Berufsgruppen. 80% wollen Altenpflegekräfte und Krankenpflegekräfte zwangsimpfen. So ticken viele Menschen. Erweitern nicht alle, aber doch so viele, dass man sich fragen muss, möchte ich von solchen Menschen regiert werden? Bemerkenswert sind auch die Ergebnisse von Volksentscheiden, die es in Deutschland ja schon gab. Hier haben wir eine Liste mit rund 100 Volksentscheiden. Da sehen wir hier mal in Bayern mehr Zeit zum Lernen. Wieder eine Einführung des neunjährigen Gymnasiums. Nur 2,9% wollten überhaupt eine Unterschrift leisten. Gescheitert. In Hamburg das gleiche, 3,6%. Dispozinsen im Saarland. Nur 0,2% waren dafür, Dispozinsen zu begrenzen. Der Rest hat das einfach nicht interessiert. Hier sehen wir vier weitere Volksentscheidsinitiativen in Deutschland, die gescheitert sind, die eigentlich alle durchgehen müssten. Aber es interessiert die Menschen nicht. Hier haben wir mal einen erfolgreichen Volksentscheid. Aber nur 37,7% Wahlbeteiligung. 60% haben dafür gestimmt, was unterm Strich dann 23% der Wahlberechtigten waren. Schauen wir mal in die Schweiz. Die Schweiz gilt ja immer als Referenzprojekt für Volksentscheide. In der Schweiz gibt es ja so tolle Volksentscheide. Ja, aber was entscheiden die denn? Und wie viele entscheiden die denn? Die Schweizer Bürger treffen ca. 8,4 Entscheidungen pro Jahr. Das sind 1-2% aller Entscheidungen auf Bundesebene, Kantonalebene und kommunaler Ebene. 1-2%, mehr ist das nicht. Das sind auch nur die Entscheidungen, die vom Volk initiiert werden. Und davon wird etwa die Hälfte auch noch abgelehnt. Zum Beispiel letztes Jahr haben die Schweizer eine Initiative für bezahlbare Wohnungen abgelehnt. Das musst du dir mal vorstellen. Und 60% aller Schweizer hat das noch nicht mal interessiert. In der Schweiz gab es zum Beispiel die Volksinitiative Keine Spekulation mit Nahrungsmitteln. Abgelehnt. Für verantwortungsvolle Unternehmen, die weltweit die Menschenrechte achten. Abgelehnt. Mit der Schweizer Volksinitiative Pro Public Service sollten die Schweizer Bundesbahn, die Swisscom und die Schweizer Post einfach nur auf Kostendeckungsbasis arbeiten. Abgelehnt. Die zahlen lieber Profite die Schweizer. In der Schweiz kann es im Steuersystem vorkommen, dass ein Ehepaar steuerlich gegenüber Singles benachteiligt wird. Und das soll auch weiter so bleiben, haben die Schweizer entschieden. Eine Volksinitiative für gesunde, umweltfreundliche und vorhergestellte Lebensmittel. Abgelehnt. Wie ist das möglich? Warum wird das abgelehnt? Was ist da passiert? Es gab in der Regel immer wieder einen Trend zu einer Annahme dieser Entscheidung. Und was ist dann passiert? In jedem Fall, in dem eine Initiative zu einem Ergebnis führen könnte, das den Mächtigen nicht passt, haben die Medien direkt mit einer Kampagne dagegen gehalten und die Meinung gedreht. Bis in die kleinsten Zeitungen werden dann Ängste geschürt, Todesgefahr, was auch immer. Das ist Problem Nummer drei bei Volksentscheiden. Problem Nummer vier bei Volksentscheiden, wenn das nicht eine Alibi-Veranstaltung sein soll, wo nur ab und zu mal ein Volksentscheid stattfindet, sondern wirklich ein demokratisches System, das darauf beruht, dann sind das viel zu viele Entscheidungen. Wenn wir uns mal die offiziellen Statistiken des Bundestags anschauen, dann sehen wir hier, dass der Bundestag bis zu 240 Entscheidungen pro Jahr trifft. Hinzu kommt noch die Entscheidung auf Landesebene, auf kommunaler Ebene, auf EU-Ebene und das sind nur die Gesetze. Dann kommen auch noch die Verordnungen hinzu. Wir erinnern uns, diese ganzen C-Maßnahmen basieren vor allen Dingen auf Verordnungen. Wenn wir also das alles umsetzen, dann läuft das darauf hinaus, dass jeder Bürger sich pro Tag in etwa zwei Entscheidungen hineinknien müsste. Dazu müsste er kompetent und motiviert sein und das ist einfach mit dieser Masse nicht machbar. Fassen wir zusammen, wenn Volksentscheide wirklich als demokratisches System konsequent umgesetzt würden, dann scheitert das an der viel zu geringen Motivation der Bürger, an zu geringer Kompetenz, an Medienkampagnen, die das Ganze beeinflussen und an der schieren Masse der Entscheidungen, die zu treffen sind. Die vier Probleme, an denen Volksentscheide bisher scheitern, sind nicht lösbar. Es sei denn, man geht einen anderen Weg und genau das machen wir. Siehe unser Video Nummer vier, temporäre Bürgerparlamente. Das heißt, wir haben eine hohe Motivation, indem wir nur motivierte Freiwillige haben. Wir haben eine hohe Kompetenz der Entscheider, der Bürger. Jeder Bürger, der in einem Bürgerparlament ist, hat zwei bis vier Wochen Zeit für ein einziges Thema. Er bekommt dann einen vom Staat bezahlten Urlaub. In dieser Zeit werden alle Argumente gesichtet und bewertet. Der Einfluss von Medienkampagnen auf die Entscheidung ist eher gering. Und wir können beliebig viele Entscheidungen durchführen. Wir haben überhaupt kein Kapazitätsproblem. Tausend Bürger entscheiden pro Abstimmung. Bei der zweiten Abstimmung sind es andere tausend und so weiter. Bei tausend Abstimmungen innerhalb von vier Jahren kommen tausendmal tausend Bürger dran. Das heißt, eine Million Bürger entscheiden innerhalb von vier Jahren über die politischen Themen. Damit haben wir ein Parlament, das eine Million Parlamentarier hat, statt heute rund 600. Unser Video Nummer vier erläutert, wie das ganz genau funktioniert. Fazit. Volksentscheide sind theoretisch die beste aller Regierungsformen, sofern diese vier Probleme gelöst werden. Sofern sie überhaupt lösbar sind. Teilen, abonnieren, liken und auch konstruktiv kommentieren wäre nett und hilfreich. Und lass ein Abo da, denn verpasse nicht das nächste Video, wenn es darum geht, was haben wir für ein revolutionäres, sensationelles Steuersystem für dich. Vielen Dank. Vielen Dank.